Mit der neuen C-Klasse setzt Mercedes-Benz seine Erfolgsgeschichte in der Mittelklasse fort. Carlson hebt nun das Standardmodell erneut optisch wie auch fahrdynamisch in neue Dimensionen. Nun ist auch für das neueste Serienfahrzeug Rennsport erprobte Technik erhältlich. Möglich wird dies durch gezielte Verbesserungen der Aerodynamik, des dynamisch komfortabel abgestimmten Fahrwerks, durch leistungssteigernde Motorkits und exklusive Räder. Die Schmiederäder der Ultralight-Variante bieten aufgrund ihres reduzierten Gewichts optimalen Fahrkomfort. Mit 9,6 kg ist das Ultralight-Schmiederad 1-16UL das leichteste Rad der Welt. Nicht nur optisch, sondern auch aerodynamisch setzt Carlson bei der neuen C-Klasse Zeichen. Die gesamten Aerodynamik-Bauteile wie beispielsweise der Heckspoiler tragen dazu bei, den Auftrieb des Fahrzeuges insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten zu reduzieren. Die Carlson-Heckschürze ist mit einem optional verfügbaren Sport-Nachschalldämpfer erweiterbar. Komplettiert wird das sportlich markante Aerodynamik-Set durch einen Satz Seitenleisten und der Carlson-Frontschürze mit wahlweise erhältlichen Doppelscheinwerfern für bessere Lichtausbeute und damit mehr Sicherheit. Die Carlson-Frontschürze ist mit einerzeit von Reichabend, die Carlson-Frontschritten verbaut ist. Die Carlson-Frontschritten verbaut ist mit einer derzeit von Reichabend. Die Carlson-Frontschritten verbaut ist mit einerlei Z�Splatte behindbar. Musik Für die Modelle mit Benzinmotoren bietet Carlson verschiedene Leistungskits an. Für das Modell C180K bietet Carlson das Leistungskit CK18. Für das Modell C200K das Leistungskit CK20. Und für den C350 das Leistungskit CK35. Bei diesem Leistungskit auf Basis des 3,5 Liter V6 fährt der Kunde auf einem Stück Carlson Rennsporterfolg. Schon der Carlson Racing SLK wurde mit dieser Technik ausgestattet. Auch für die Dieselfahrzeuge C180 CDI, C200 CDI und C320 CDI hat Carlson die Leistungskits C-Tronic im Angebot. Die Leistungskits bringen einen Zusatz an Drehmoment und Leistung von 20% bei gleichzeitig reduziertem Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen von CO2 und NOx. Musik Weiterhin gewährleisten zahllose Sicherheitsfunktionen von C-Tronic, dass die Reserven des Motors intelligent und nur betriebssicher genutzt werden. Die C-Tronic Leistungskits werden mit einem Adapterstecker und Kabelbaum in kurzer Zeit montiert. Musik Die jahrelange Rennsporterfahrung Carlsons garantiert Zuverlässigkeit und eine erhöhte Dauerhaltbarkeit. Durch Carlson Tuning erhält die neue C-Klasse nicht nur ein individuelles und unverwechselbares Äußeres, man bekommt auch ein Fahrzeug mit Rennsporttechnik, das hält, was es verspricht. Fahrspaß pur. Musik 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 Musik